Ich war etwa vier oder fünf Jahre alt und meine Eltern hatten sich gerade geschieden. Meine Mutter lebte in einer Wohnung mit zwei Schlafzimmern. Obwohl ich meinen eigenen Raum hatte, bevorzugte ich es bei ihr zu schlafen, wann immer ich bei ihr war. Unsere beiden Schlafzimmer waren am Ende des Flurs und lagen sich direkt gegenüber. Die Wohnung war im ersten Stock. Ich erinnere mich, dass es Sommer war und meine Mutter das Fenster hinter ihrem Bett offen hatte. Jedenfalls wachte ich mitten in der Nacht auf und sah, dass unser Kater vor der offenstehenden Tür zum Zimmer meiner Mutter saß, was ungewöhnlich war, da er üblicherweise mit im Bett schlief. Als ich ihn ansah, lief er miauend in mein Schlafzimmer. Ich drehte mich zu meiner Mutter, um sie aufzuwecken. In den drei bis vier Sekunden, die sie brauchte, um aufzuwachen und mich zu fragen, was denn los sei, sahen wir beide einen Mann aus meinem Schlafzimmer laufen. Ich weiß immer noch nicht, wie sie es so schnell geschafft hat, aber meine Mutter nahm mich augenblicklich auf den Arm und warf mich aus dem Fenster. Wie gesagt, wir wohnten im ersten Stock, ich fiel also bloß einen knappen Meter tief. Meine Mutter sprang hinterher und wir begannen, um Hilfe zu rufen, bis jemand die Polizei rief. Die Polizei kam, fand aber keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens. Sie sagten nur, dass unsere Eingangstür nicht verschlossen war, was sie glauben ließ, dass der Mann dadurch geflohen sei. Das komische ist, dass meine Mutter schwor, sie hätte die Tür am Abend sicher verriegelt und sogar die Kette davor gehangen. Etwa eine Woche später putzte sie die Küche und fand ein Notizbuch mit Namen und Zeichnungen, sowie ein paar Handschuhe und Kaugummiverpackungen in einem der Schränke. Wir riefen erneut die Polizei, aber alles, was sie tun konnten, war zu spekulieren, dass der Mann sich wohl in unserem Haus versteckt hatte, bis wir eingeschlafen waren. Meine Schwester und ich spielten, als wir jünger waren, vor unserem Haus, als ein älteres Pärchen an unserem Garten vorbeilief. Unser Garten grenzte an einen kleinen Friedhof, also war es nicht ungewöhnlich, dass Leute vorbeikamen, da dieses Haus schon um 1800 gebaut wurde und die meisten Gräber von Kindern waren, die damals an der Grippe oder ähnlichen Krankheiten verstarben. Es gibt ein paar schaurige Geschichten von diesem Ort, aber nichts verglichen zu dem, was uns vor all diesen Jahren passierte. Wir spielten draußen und dieses alte Pärchen versuchte vehement, den Namen meiner Schwester zu erfragen, während sie uns immer näher kamen. Wir waren bloß kleine Kinder und wir haben unheimliche Angst bekommen, also rannten wir ins Haus und erzählten unserer Mutter davon. In der folgenden Woche hörten wir in den Nachrichten, dass ein altes Paar eine Teenagerin gekidnappt und vergewaltigt hat. Es war das gleiche Pärchen, das meine Schwester und mich bedrängt hat. Ich bin 22 und dieser Vorfall ist vor etwa einem halben Jahr passiert. Ich war gerade in meine erste eigene Wohnung gezogen und war noch dabei, mich einzurichten. Die Tür in meiner Wohnung verschließt sich selbst, wenn sie geschlossen wird. Ich ging gerade das Treppenhaus hinunter zu den Briefkästen, um meine Post zu holen, während ich am Telefon mit meinem Freund redete. Ich kam zurück, setzte mich auf mein Bett und versuchte die Post zu öffnen, während ich mein Handy zwischen Kopf und Schulter klemmte. Es rutschte mir jedoch raus, fiel auf den Boden und unter das Bett. Ich musste mich also auf den Boden legen und meine Hand danach ausstrecken, um es zu erreichen. Als ich das tat, sah ich etwas, was mir mein Herz in die Hose rutschen ließ. Und ich musste mich zurückhalten, nicht zu schreien. Da lag jemand unter meinem Bett. Er lag auf die andere Seite gedreht und war zusammengekauert, also konnte ich sein Gesicht nicht sehen. Aber glücklicherweise konnte er mich so auch nicht sehen. Ich versuchte rational zu denken. So viele Gedanken schossen mir durch den Kopf. Letzten Endes nahm ich mein Handy und sagte, Hey, Entschuldige, ist mir runtergefallen. Ich gehe jetzt duschen. Ich rufe dich später zurück. Das Badezimmer schließt gleich an mein Schlafzimmer an, also lief ich schnell dort hinein und verschloss die Tür hinter mir. Ich drehte den Wasserhahn auf und sprang aus dem Fenster. Zum Glück war meine Wohnung bloß im ersten Stock. Als nächstes rief ich die Polizei, die mir sagte, ich solle auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf sie warten und beobachten, ob jemand das Gebäude verlässt. Es war Sommer und immer noch hell draußen. Ich versteckte mich also hinter einem Auto auf der anderen Straßenseite und beobachtete mein offenstehendes Badezimmerfenster und die Eingangstür. Als nächstes rief ich meinen Freund an und er kam kurz vor der Polizei bei mir an. Ich gab ihnen die Schlüssel in meine Wohnung und nur wenige Minuten später kamen zwei Polizisten mit einem abgemagerten Mann aus dem Gebäude gelaufen. Er sah verrückt aus, aber er versuchte nicht abzuhauen. Der Polizist, der neben mir gewartet hatte, als seine Kollegen das Gebäude durchsuchten, erzählte mir, dass sie den Mann mit einem Messer vor meiner Badezimmertür stehend gefunden haben. Er war wohl in die Wohnung gekommen, als ich meine Post geholt hatte und versteckte sich dann unter dem Bett. Es stellte sich heraus, dass der Mann, der mich offensichtlich töten wollte, ein Obdachloser war. Er wurde kurz darauf in einer Nervenheilanstalt gebracht. In den Mit-80ern war meine Mutter eine Putzfrau in Australien. Sie hatte meistens Aufträge in der Vorstadt, aber gelegentlich auch in ländlicheren Gegenden. Die meiste Arbeit bekam sie durch ihre Visitenkarten, die sie in lokalen Geschäften hinterlegte, und durch simple Mundpropaganda. Eines Tages bekam sie einen Anruf von einer alten Frau, die sich anhörte, als wäre sie etwa 60 Jahre alt und die meine Mutter fragte, ob sie ihr Bauernhaus reinigen könnte. Sie hatte einige seltsame Wünsche, und meine Mutter traf sich für gewöhnlich mit ihren Kunden, bevor sie einen Job annahm, aber in diesem Fall war die alte Frau offensichtlich sehr wohlhabend und zahlte um ein Vielfaches mehr, als es üblich war, weswegen meine Mutter trotzdem zusagte. Meine Mutter fuhr also an einem Montagmorgen zu diesem Haus, und sie sagte mir, dass sie sich schon auf der langen Hinfahrt seltsam geführt habe. Das Haus war sozusagen mitten im Nirgendwo, auf einem riesigen, leeren Geländer. Sie fand die Schlüssel und fing an zu putzen. Nach etwa einer halben Stunde hörte sie, wie sich die Hintertür schloss. Meiner Mutter wurde gesagt, niemand sonst sei in dem Haus, also fühlte sie sich natürlich enorm unsicher. Sie stand wie erstarrt in der Küche. Drei bis vier Minuten, oder vielleicht auch noch viel länger. Sie sah, dass vor dem Haus auch kein anderes Auto parkte. Natürlich wollte sie sofort von dort verschwinden, aber es waren noch zwei Schlafzimmer zu reinigen. Sie entschied sich nach einigen weiteren Minuten dazu, dass vielleicht einfach etwas umgefallen war und dass gar nicht die Tür war. Sie lief also den Flur entlang, ins Schlafzimmer. Das Bett lag voll mit Schwarz-Weiß-Fotos. Als meine Mutter näher kam, fiel ihr auf, dass sie auf den Bildern zu sehen war. Manche waren bei uns zu Hause aufgenommen worden und viele andere an verschiedensten Orten, an denen sie geputzt hat. Einige durch Fenster oder Zäune hindurch aufgenommen. Sofort rannte sie zum Telefon und rief die Polizei. Sie fuhr zur Sicherheit ans andere Ende des Grundstücks. Der Fall wurde untersucht, doch die alte Frau beruhte auf ihre Aussage, es müsse ein Einbruch gewesen sein. Nach einiger Zeit stellte die Polizei ihre Untersuchungen ein und wir zogen vier Monate später in eine andere Stadt. Vor einer Weile zog eine Familie nebenan ein. Sie hatten einen Sohn, der einfach nur seltsam war. Er war verrückt nach Splatter und Horrorfilmen und wollte immer, dass ich über Geschichten aus meiner Zeit in Vietnam rede, die kein normaler Mensch hören wollen würde. Außerdem liebte er es, frei herumlaufende Tiere zu quälen. Dieser Typ war einfach nur ein Frack. Er war damals 19 und meine Tochter war 7, aber er wollte immer mit ihr reden. Er versuchte sie in Konversationen zu verwickeln, wenn sie von der Schule nach Hause lief. Er redete mit ihr über den Zaun, wenn sie im Garten spielte. Aber was mich wirklich beunruhigte war, als er bei uns anrief, um mit ihr zu sprechen. Das war zu viel. Ich ging zu ihnen hinüber und erklärte ihm und seinen Eltern, dass er sich verdammt nochmal von ihr fernhalten solle und ich ihn besser nicht noch einmal zu Gesicht bekommen würde. Ab hier wurden die Dinge seltsam. Meine Tochter war schon immer sehr fantasievoll und paranoid. Sie dachte, es lebten Monster und solche Dinge unter ihrem Bett. Also war ich nicht besonders besorgt, als sie mir erzählte, es hätte in der Nacht etwas in ihrem Schrank gesessen und sie wäre zu verängstigt gewesen, um aufzustehen und es mir zu erzählen. Ein paar Wochen vergingen und meine Frau und meine Tochter verbrachten einen Frauenabend bei meiner Mutter. Ich sah mir also ein paar Filme an und schlief letztendlich auf der Couch ein. Gegen zwei Uhr morgens bekam ich einen Anruf von meinen Nachbarn mit dem gruseligen Sohn. Sie erzählten mir etwas in Richtung. Wir haben gesehen, dass du wach bist, also haben wir angerufen. Unser Sohn ist verschwunden. Ich bin auf dem Weg ins Badezimmer an seinem Zimmer vorbeigelaufen und seine Tür war offen, was ungewöhnlich ist. Als ich nach ihm sehen wollte, war er nicht da. Wir brauchen Hilfe, um nach ihm zu suchen. Der Anruf hatte mich zwar aufgeweckt, aber ich lag immer noch auf der Couch, darum fragte ich, warum sie denn dachten, ich sei wach. Oh, wir haben dich im Schlafzimmer herumlaufen sehen und außerdem ist das Licht an. Ich legte auf der Stelle auf, rannte aus dem Haus zu meinem Truck und sah die Polizei in die Einfahrt meiner Nachbarn fahren. Ich sagte ihnen, dass jemand in meinem Haus sei. Nun konnte ich auch sehen, dass die Lichter im Zimmer meiner Tochter an waren und dort eine Silhouette auf- und ablief. Die Polizisten gingen hinein und fanden den Nachbarsjungen dort oben. Er hatte sich im Schrank meiner Tochter eingereichtert und wartete nun auf sie. Er sagte, er mag es, sie im Mondschein beim Schlafen zu beobachten.